Das ist der erste Mal an John Maas, SV Baden-Württemberg in Asienisch-Taubert. Das ist von Jonathanburg auf Kante 1. Die Spraue eröffnet über ein Wettkampfbüro raus, weg von den Polenaren. Die Spraue eröffnet über ein Wettkampfbüro raus, weg von den Polenaren. Die Spraue eröffnet über ein Wettkampfbüro raus. Die Spraue eröffnet über ein Wettkampfbüro raus. Auf die Matte 2